Alle Ärztinnen und Ärzte, die gesagt haben, sie wird es wahrscheinlich nicht überleben. Also da haben wir echt nur Maschinen am Leben gehalten. Das ist Renate und sie weiß, wie es ist, einen Mordversuch zu überleben. Ich bin in der Südsteiermark aufgewachsen. Die Frauen da schön unten zu halten, ist dort ganz, ganz wichtig. Meine Kindheit ist sehr mit Gewaltüberfluss vor sich gegangen. Meine Mutter hat immer eine dünne Rute liegen gehabt bei sich und natürlich hauptsächlich Schläge. Dort habe ich mir geschworen, gute Frau, du schlägst mir das letzte Mal. Ich bin dann wirklich mit Hauspotschen und ohne Jacken im Winter abgerissen. Heute ist mir alles klar. Also statt seiner Nummer hätte ich ganz eine andere Nummer wählen sollen. Entweder Polizei oder Rad auf Draht oder was auch immer. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier.